einen wunderschönen guten morgen ja ich habe hier kann ich euch mal zeigen seht ihr das habe ich gerade liegen da werde ich auch kein unboxing kein hardware video machen sascha ist auch gerade wach geworden und da klingelt der postmann wenn ich nur schnell mal odin packt aus odin was shoppen ja ich mach das doch immer wenn ich einkaufen war ich mir heute geholt habe wenn ich was einkaufen war dann mache ich ein video jetzt ist eine große da habe ich glaube hier ist nicht das drin was wir dafür brauchen was ruhig davor kommen doch 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 bohnen ich mach euch mal runter das können wir doch noch benutzen sascha bevor du abhaust die ist ja schon alle vorbereitet wir nur das unboxing machen hier also das odipack ausmachen und dann lenkt mich am arsch ist das denn schwer und größer als ich gedacht habe mein vollautomat ist da den werde ich jetzt gleich auspacken aufbauen da wird es auch kein unboxing geben ich werde aber später mal ein fazit video machen würde ich sagen hier erstmal cut das war odin war einkaufen kommt noch mal ins nachher wenn hoffentlich hermes heute noch kommen sollte was auf dem schein wohl nicht so aussieht obwohl sie kommen sollen und dhl müsste oder in zweimal kommen bis dahin erstmal ahoi sagt euer odin